ja leute schießt ihr weg ein neuer video auf diesem kanal heute mal wieder gtap auf dem majestik server deswegen freunde wenn ihr mit uns holen wollt kommt auf den linken der video schreibung oder der angepünnte kommentar und wenn ihr uns unterstützen wollt freunde gibt in den code chillix ein ihr bekommt bisschen geld ihr support uns das ist der beste deutschsprachig server den es eigentlich gibt ich will auch gar nicht viel labern in dieser folge was haben wir gemacht wir haben autos geschenkt bekommen wir sind von penner zu millionärin geworden niki hat sogar einen bugatti ich will gar nicht viel spoiler einen fucking bugatti wir haben fast schon tausend euro deswegen von der lastenleiter wird auch gerne den kanal ich will gar nicht viel labern wir gehen direkt rein ok freunde wir sind aufgewacht im krankenhaus wenn ihr die letzte folge gesehen habt wisst ihr warum wir wurden zusammengeschlagen von einem kopf den packen wir uns auf jeden fall heute den werden wir suchen und niki was suchst du dir eine zigarre mann und letztes mal hat uns jemand geschrieben dass wir eine familie beitreten soll die soll heißenberg heißen und wenn wir mit uns zocken wollt kommt auf dem majestik server vorbei wir sehen wir spielen nur auf diesem server und niki wo bist du eigentlich bist schon drin hier ok aber was geht ein viele wachen ja was erstmal heraus waren wir müssen raus kriegen wo diese familie ist ich habe keine ahnung die ist aber was ist das so ein ding ich habe einen roller wir haben einfach geklaut ok der wird direkt am hau oder so was ist das ich komme nicht durch ich stecke fest oh man ich stecke fest wie ein fett sack man ich komme nicht raus was ist das was mache ich hier nicht was ich mache die gehen ich stecke hier drin fest mal gucken ob wir unseren kollegen wieder finden der letzte mal festgenommen wurde vor unseren augen mann der bruder ist einfach hast gegangen wir wollten uns eine waffe geben wir brauchen unbedingt eine waffe wenn wir in dieser stadt überleben wollen weil wir wurden schon ein zweimal ausgeraubt bruder und wir hatten einmal nicht was los was los was los ich bin selber broke guck mich mal an wie ich das ausgemacht was ist denn los was habe ich gemacht mann ja ok alles gut ich wollte nur mein auto abholen man hier warte warte ausweis hier warte ja alles okay komm runter mann hier nimm hier ja chill 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 was machst du bruder was macht der warum killt der mich warum schießt du bruder warum schießt du bruder ich bin fett sack sie ist das nicht was machst du mit mir was machst du mir ich wollte dir geben doch der straße auf dem bürgerstein oder was stecke ich hinten drin was los bei dir aber weiter jetzt oder was habe ich gemacht und stecke ich jetzt warum knallt ihr auch jeden ab jetzt hast du mich jetzt hast du mich er hat gesagt dreimal geh weg nein nein aber zu mir warum bin ich hier hinten drin ja was habe ich gemacht sich aus als ob ich mir einen anwalt leisten kann man guck mich mal an ich habe nichts verstanden warum sitzt hier hinten drin ja das weiß ich ja warum sitzt hier hinten drin oder ich habe mir meinen ausweis auf der straße geben ich wollte noch bürgersteht geben er knallt mich ab oder ich habe kein geld für einen penner ist auf der straße man was wir geld strafe guck nach kein problem kein problem ja weil ich ein auto habe oder hol mir deinen vorgesetzten mal du hast keine ahnung was du hier machst ich werde nicht gesucht man mich sucht keiner ist lieber auf der straße kann man kurz offen reden ja wir reden offen alles gut bruder was geht ich war einfach bei seinem video oder doch ich gefickt dass du mich letztem video das nicht hochgenommen man ja tue mal entschuldigung ich hätte eine frage heißen sie in europa schierlix in europa ja 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 da ist schierlix in europa ja ja danke bruder dankeschön hier bin ich oder was du ja ja heute wir drehen eine neue folge ja bruder wenn du willst grüß deinen ganz spidi reicht der wohnen oder was ja ich habe letztens erst ein video gesehen stark und stark ich meine frage wo ist wo ist das heißenberg anwesen das heißenberg anwesen das heißenberg müsste ich nachschauen aber darf ich dir eh nicht sagen ähm dann grüß dich noch dann grüß dich noch oder er grüßt seine ganze familie ich grüße gehen raus ein kieren und loko ok grüße gehen raus ein kieren und loko egal jungs wir gehen weiter ne stark wir haben euch gesehen ja das ist mein kollege also horny brink das horny brink horny g ist dein spitzname ja natürlich kommst du ins video nur weil du es bist nur weil du es bist ok jungs wir sehen uns ne ja hier komm ich auch ins video komm ich auch ins video ja bruder du bist auch im video aber wir müssen weiter ne wir haben was zu tun wir sehen uns ne wir sehen uns ciao viel spaß aber nicht zu viel gambo machen nein das machen wir gar nicht nee komm niki aber keine polizei autos klauen ne ich kenn dich ich kenn dich nein nein das haben wir noch nie gemacht bruder was ist los kohle brauchst du geld brauchst du geld ja dank ihr arbeiten oh komm rein bruder wer kriegt denn so viel geld ich brauche was komm mit ich komm mit wir denken es nur ein gut joo reiche mann oder was ja ja jetzt noch was für mich wir beide sind obdachlose leute ne kleine spende tut doch immer gut nein nein gearbeiten ja ja gearbeiten aber das gilt nicht für mich ich hab grad erst 150 euro wieder vom arbeitsamt bekommen bruder ne kleine spende würde helfen so nen tauri oder so hättest du ein bisschen ja natürlich dann bin ich immer da zu mir sagst du ich soll arbeiten gehen bruder das war ja nur ein rat das musst du ja nicht machen bruder du hast unseren kollegen gib ihnen eine gib ihnen eine gib ihnen gib ihnen gib ihnen ah ne geld mir mit wem redest du kennst du uns nicht ich hab dich geschlagen kennst du uns nicht ey du sind für mich na geh auf ihn geh auf ihn geh auf ihn gib ihm jackson gib ihm jackson wie viel leben hat der bruder ach so oh ja ok scheiß drauf nikki scheiß drauf ah cool hey chill mal chill mal bruder chill war spaß man ich dachte du bist ob ich dachte du bist ob dann los scheiß auf den scheiß auf den jackson scheiß auf den jackson lass mal ein bisschen rumfahren lass mal ein bisschen rumfahren bruder komm steig eins ist es deiner ah bruder ihr habt ja viel alt ihr habt ja viel mehr bruder was gibt es hier alles ihr habt ja alles oh shit oh scheiße man was ist los alles gut ja ja das auto verliert die kontrolle irgendwie ist irgendein fehler drin das auto macht was es will bist du ein kopf ne ne wir haben selber geld wir dachten vielleicht hast du was ne ich hab ja wenig geld davon fragt ihr mich dann oh Boris so gut aussehender dann kannst du mir vielleicht noch so ne halbe million geben hap ist dich junge gearbeiten ich hab keinen job und hab auch keinen jungen bruder ich hab gleich ne million ne ich hab gleich ne million bruder wer ist er niki er ist zumeich ne er hat nen rucksack der 90 million kostet ne bruder ich hab hier 500.000 tja ich hab hier 500.000 mich nackt ausgezogen fast digga er hat einmal 90 million der ist ganz weit oben ne FIB digga mit dem will man nichts zu tun haben eigentlich wenn der uns verschwinden lassen will dann lass den uns verschwinden ehrlich alles geben der hat gelten alles was er will alles schwere alles er soll mir mal ein lambo geben digga bevor ich ihn haue oder dass ich mein haus bevor du ein lambo kriegst bruder geile bude man boi wie macht der das verpiss dich man was ist das mit leuchtfelgen oder der hat alles man der hat alles ausgestattet aber ey wir sind gerade erst eine familie gejoint deswegen ach so er hat schon ein haus ja ok wir sind in der familie gerade reingegangen warte ich hole kurze hier oben ist eh ich geh kurz vor oder kommt mit kurz ja wir kommen mit steig ein steig bei ihnen ein bruder er schenkt uns einfach bruder ganze autogarage was da er hat kurz getroffen und er schenkt uns einfach an bruder was denn das wie leuchtet auf diesen tieren bruder net alle brutal der soll mir mal eine millionen geben oder ich habe einfach 700.000 ne wie korrekt sind diese leute bitte ich fahre 200 auf der autobahn das bricht auseinanders auto oder ich werde nächstes mal so ein polizist nicht welches ich dir machen werde sie ich dich komm mit du kommst im knast hanschellen du nasenbär willst du kämpfen ja oder ich kann nicht ich bin obdachloser peta spanier mann wow du musst noch ein bisschen lernen ich kann einfach piss nicht hör auf Niki ich möchte nicht hör auf hör auf hör auf hör auf hör auf Niki ich glaube ich träume darauf erst mal ne bong bro oder wir gehen auch gleich pennen ne Boris bester mann auf jeden fall wir werden uns safe nochmal sehen irgendwo hier guck mal was der hier hat bruder das ist ja geisteskrank oder du hast durchgespielt hier ja ja ich weiß es sagt ja ja bruder wir gehen jetzt pennen ne ah wir können auch im hauspen gehen oder das erste mal Niki nicht mehr auf der straße pennen tiga ey das ist geisteskrank komm mal mit das kostet auch 1,7 Millionen wie viel kostet denn aus wie viel kostet das 1,7 glaube ich ne ja ich hab gerade gesehen 1,7 Millionen oder nein das ist startwert ich hab das für 30 Millionen gekauft ich glaube das sind jetzt so 60 Millionen bruder was ok das ist auch ein geisteskrankes Haus guck dir das mal an schädigst wir haben einen Bugatti Digga wir haben einen Bugatti wir haben eine Villa wo wir haben alles gefühlt ok das ist Boris ne wir sind ja immer nur so perfekt dann unten ist bestimmt das Schlafzimmer ne ja ja Lager und so und dann auch ganz unten ja ich bin gegen gelaufen brutale Aussicht man was da aus aber man kann nicht raus oder nein nein geh mal diese Aussicht an Alter was hast du so einen Kleiderschrank ne was hast du so einen Kleiderschrank ah ich weiß nicht um Pender zum Millionär Niki deswegen wir gehen auch gleich pennen wir sind jetzt über 2 Stunden schon da deswegen Video schon kräftig ach so ihr seid das wart nicht für die das sind die Low Bros ja ja genau die waren wir ich sehe den einen der macht Pender bei Bestandung gemacht Niki ne das ist der neben mir das ist der Pender hier deswegen ich wusste ich auch dass ihr seid hör mal auf Niki ich möchte boll mal auf hör mal auf ich hab ein Leben ich muss mich aufhören wenn der ah der ist Pender bei Warrior der ist so aus dem Entgegner ja Boris wir gehen jetzt pennen ne dir noch viel Spaß Bruder ich leg mich hier unten einfach in die Kammer deswegen freunde lassen abonniert auch gerne den Kanal für mehr dieser GTA Videos aktiv bringen wir jetzt hier raus Fortnite und GTA das wird unser Content beziehungsweise sagen bro deswegen ich will ganz viel aber wenn ihr mit uns zocken wollt unten in der Bildschreibung ist der Link zum Server oder einfach der angepinnte kommentar wir werden jetzt aktiv auf diesem Server spielen ich will sagen bis um die 4300 Peace